Das SS Kinderdorf ist schon 50 Jahre alt und die Häuser abgewohnt. Schon 600 Kinder sind hier aufgewachsen. Alles gehört saniert und erneuert. Es sollen ja die Kinder in Zukunft auch ein schönes Zuhause haben. Jetzt geht's los mit der Baustelle. So viel wird gleichzeitig gemacht. Hoffentlich fallen die Sangen voll dann. Es wird ein neues Zuhause für die künftigen Kinderdorfgenerationen entstehen. Nach 50 Jahren entsprechen die Häuser und die Infrastruktur nicht mehr den aktuellen Anforderungen und den heutigen Wohnstandards. Es bedarf einer groß angelegten Sanierung und Erneuerung. Die Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Das Dorf mitten in der Natur ist für die Kinder und Familien der ideale Platz. Heute erfolgt der Spatenstich und die Bauarbeiten können beginnen. Als dreifache Mutter und als Vertreterin der Firma Great Langs ist es für mich eine große Freude und auch Ehre, das SS Kinderdorf hier zu unterstützen. Seit vielen Jahren sind wir schon sehr verbunden und haben eine tolle Partnerschaft. Insbesondere freut es mich sehr, dass wir auch in unserer Nähe das SS Kinderdorf in Stübing diesmal wirklich mit einem namhaften Betrag unterstützen können. Und wir wünschen dem SS Kinderdorf in Stübing viel Erfolg. Warte, Leon, du auch? Nein.